Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Grogate Gaming. Wir befinden uns gerade auf dem Weg Richtung Süden, denn wir wollen einmal neue Gebiete erfunden, neue Aufgaben einander nehmen. Habe mal an der Ausrüstung ein wenig rumgefeilt, entsprechend die Crew Blowback wieder ins Setup aufgenommen, den Waffenspiel 2 gelernt, damit können wir jetzt also entsprechend die Munition auch für diese Waffe herstellen, dementsprechend habe ich da mal großzügig, genau, etwas über 300 Schuss hergestellt, also entsprechend drei Waffen, die uns begleiten. Wir haben auch Dogmeat wieder mal dabei, der gute Preston bleibt mal in Sanctuary, wir haben jetzt einmal im Prinzip ein bisschen Salvage Beacon, das heißt, wenn wir einfach etwas abtransportieren wollen, dann brauchen wir keine Packesel mehr mitnehmen, sondern wir lassen einfach die Siedler das entsprechend abholen. Nachdem wir ja drei Sender haben, können wir entsprechend mehrere Stashes hinterlegen, also alles kein Problem. So, und dann schauen wir mal, vielleicht kurz nochmal da rein. Entschuldigung? Zeig mal, was du hast. Mal kurz da rein, kann nie schaden, nochmal durchzuschauen. Irgendwas cooles hat. Sehe ich nichts interessantes bei den Waffen, Kleidung, auch nicht wirklich. Haben wir genug Wasser mitgenommen? Ja, haben wir. Voll bepackt. Ja, passt schon. Gibt es nichts interessantes. Gut, Dogmeat weiter geht's. Auf geht's, geht's Süden. In den Süden, in den Süden. Gehen zu Ungewisse. Das Ziel wäre mal, ja, die Oberland Station, da haben wir eine Aufgabe. Die Siedler dort haben Probleme und wir könnten denen möglicherweise helfen. Ah, ein paar Zigaretten. Na, immerhin. Lassen wir uns überraschen. Wir haben ja entsprechend hier schon einiges gemacht. Bis hier nach Lexington, die Stadt vor uns, hat auch gemacht. Aber südlich davon waren wir noch nie. Und ja, wir müssen hier aufpassen. Könnte sich auch noch das ein oder andere verbergen. Ja, hier zum Beispiel. Klein, aber fein. Wir brauchen noch natürlich eine Menge weitere Skills. Und dafür brauchen wir Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen leveln. Das besondere Computer Skills könnte man brauchen, dass wir entsprechend dann jetzt den Power Armor holen. Die wir gefunden haben da oben bei Tempins Bluff. Und hier zum Beispiel ist auch was. Aha. Also nicht viel. Das sind nur drei Teile. Aber drei Teile sind drei Teile. Power Armor natürlich und der Rahmen. Wenn wir auch nicht knacken. Also wir haben schon ein zweites Set. Eigentlich ein drittes Set. Was wir eigentlich, also eines steht da direkt bei Sanctuary noch in eine Gegend rum. Das andere, was wir gefunden haben, ist fast komplett. Ah, dummerweise. Das falsche Bein. Aber natürlich, die wollen wir alle sammeln. Die müssen wir uns holen. Dann brauchen wir entsprechend besseres Hacking. Na gut. Schauen wir mal weiter. Ich würde sagen... Ja, folgen wir ruhig den Gleis in Richtung Süden. Oha. Dock mit da dann schon. Gerade. Aus der Bredouille gerettet. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Noch einer wie Dock mit. Sieht so aus. Und ja, kaum sind die tot, sehen wir sie wieder nicht mehr. Verschwinden die im hohen Gras. Da ist er. Ich glaube, der Dock mit hat da noch einen erledigt. Aber ich sehe nicht, wo oder was. Eine Radtierschkuh. Okay. Gut, gut. Na, weiter Richtung Süden. Ab hier sind wir in Terra Incognita. Da waren wir noch nie. Wir folgen einfach mal dem Marker. Den Questmarker. Richtung Süden. Das ist unser Ziel. Unser erstes. Da wollen wir hin. Manu. Den haben wir da. Oh. 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 Zwei Raider. Oh, und wir sind schon überladen. Haha, das ging aber schnell. Okay. Ja. Hilfe. Preston, wo bist du denn? Scheiben, Preston, was machen wir jetzt? Wie viel ist es denn? Nicht viel, okay. Das können wir gerade noch ausgleichen. Wir haben jetzt auch nur einen kleinen Rucksack mit. Immersionsgründen, ihr wisst ja. Bringt ein wenig Traerkapazität, aber natürlich bei weitem nicht zu viel über die große Etage. Entsprechend suchen wir uns einfach ein schönes Plätzchen. Wo wir das alles deponieren können. Wir brauchen nur irgendein Behältnis. Oh. Strahlung, 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 Strahlung. What the fuck? Kommt ein Ghul geflogen? Das ist hoch verstrahlt. Da liegt noch ein Ghul, aber den lassen wir mal liegen da. Was ist das denn schönes? Sie sieht noch an einem Schrottplatz aus. Na, dann schauen wir mal rein, wenn wir schon mal da sind. Abfall, Entsorgung, Schölbe. Oh. Mal was raten. Mal aufpassen. Wo eine ist, sind mehr. Viel mehr. Wo ist sie denn? Da ist sie. Wo hast du denn du hingeschossen, du Depp? Weiß ich, wo er hingeschossen hat. Aber nicht gerade, wie die Rate war. Da haben wir keinen Auftrag mit dem ganzen Schrott. Die stehen direkt hinter dem Schrott. Zum Teil. Okay. Mal was da so. Das finde ich wirklich mehr eine Bedrohung. Der Bewaffnung. Wuppdiwupp. Noch mehr. Ich glaube, wir haben es. Äh. Lol. Okay. Ja. Kleiner Glitsch, wie es ausschaut. Aufmerksam. Das war das Fleisch. Oh. Schreibt da noch eine. Ich hoffe, mich zu beißen. Sollten wir mal einen Radaway nehmen, glaube ich, ja. So. Da tun wir mal den ganzen Schrott rein in diesen Zigarettenautomaten. Alles, was wir jetzt gerade schon geloogt haben. Das ist unser Drop Point. Entsprechend dann... Die Siedler von Sanctuary her schicken, um das abzuholen. Ziemlich schwer, aber die drei Waffen ziehen uns ganz schön runter vom Gewicht her. So, schauen wir mal, haben wir Radaway dabei. Jawoll. Dementsprechend das. Gleich nochmal behandeln. Was zum Essen. Nicht, das ist roh. Red Stag Mead. Nein. Nicht der gegrillten Hirsch. Haben wir irgendwo Maul, wo es Ratten hat? Ah, Köter, keine. So. Jawoll. Sind wir noch hungriger? Aber schauen wir uns mal in den Lagerfeuerwinterflächen oder was machen. Ah, eine Kronkorkenmine. Sehr schön. So, jetzt machen wir mal dieses Gebiet da mal ein wenig durchforsten. Schon mal da sind. Oh! Ja. Mal aufpassen. So. Mal hier. Eine Leiche. Child of the Atom Wrex. Okay. Na, dann schauen wir uns mal um da. Leichte Verstrahlung. Sehen wir eine Strahlenquelle. Ah ja, da hinten. Na, schauen wir mal um da finden. Jetzt sind wir gratis. Oh. Jetzt. Sind die Pister. Infektion, oh weh, das Biest ist aber verflucht schnell. Schauen wir mal schnell, was haben wir da uns eingefangen, wahrscheinlich eine leicht hungrig, unterdrückte Immunität, Leid, Lethargieinfektion, okay, haben wir Antibiotika, ja, verbrauchen wir Unmenge an Ressourcen, schauen wir uns mal irgendwo Nachschub holen, damit haben wir nicht gerechnet, okay, die Stahlträger würde ich auch gerne bauen können, dann schauen wir das, ob wir das haben, nochmal, die Tauben tot, aha, da liegt noch jemand, Kind des Atoms, schon sehr gesund aus, Munition, schauen wir mal aufmerksam alles heraus und da durch, ich weiß was, Tool Chest, das kann ich auch sofort knacken, Kleeband, Info-Pistole haben da gefunden, okay, so, in dem Eck waren wir, waren wir in dem LKW da drin, oder in diesem Truck, Brack eigentlich, ich war mal da, ah, da liegt noch jemand, Nummer 3, okay, ich glaube, hier draußen haben wir alles gemacht, das ist auch ein Gebäude, da muss ich gerade die Radaway genommen, und schon wieder frisch verstrahlen, haben wir da schon, ja, da waren wir drinnen, so, da strahlt es auch ganz schön, 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 oh, ja, okay, 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 haben wir, haben wir Radix dabei, ja, Strahlenschutz, noch einer von diesen Typen, ein Safe zum Knacken. Ups, zu aggressiv. Treffer. Imporevolver. Was ist das? Okay, können wir nicht hacken. Gut, doch, wir haben nichts mehr raus hier. Ich glaube, wir haben alles geholt, was es zu holen gab. Okay. Okay, ist da noch was drin? Ja, Nuclear Cola. Okay. Gut, dann laden wir nochmal den ganzen Schrott da rein. Mal schauen. Also noch einlagen, keine Munition ist okay. Das fällt in der Menge nicht ins Gewicht. So. So. Imporevolver, Scharfschutz und Gewehr. Imporevolver. Haben wir hier Kleidungsteile. Ja, Raider. Versteift und gürtet. Tun wir da auch rein. Guck mal, was er hat. Laune oder die Green Dress? Das ist auch nicht von uns. Wir haben da können wir vielleicht ein bisschen... Na, die Moral Chunks sind glaube ich die gekochten, gell? Nehmen wir mit das... Rohe könnte man noch mitnehmen. Nehmen wir das Stock. Lassen wir das Stock mit. Also ist das Hundefleisch da. Und die Teerbärer lassen wir da. Und die Sweet Royal lassen wir da. Ja. Okay. Sollte passen. Da müssen wir schauen, wo wir den Salve-Spiken haben. Da haben wir einen. So. Tun wir da rein. Sanctuary Hills. Und das Salve-Team holt das Zeug da ab. Wir brauchen uns um nichts mehr kümmern. Gut. So. Ich würde sagen, wir machen uns ja genau Richtung Süden weiter auf den Weg. Kurz einen Stopp da eingelegt, wenn wir das schon mal gemacht haben. Da im Westen ist auch ein P.O.I., den lassen wir mal in Ruhe. Wollen zügig vorankommen. Also wieder ablenken lassen, links und rechts. Kommen wir nicht voran. So. Da unten ist die Brücke. Und da haben wir ein paar Roboter. Grey Garden entdeckt. Sagen wir mal hallo. Sind wir freundlich. Bereit zu beginnen, deinen fabulischen Shopping-Spray? Okay. Ein Händler. Sehr schön. Hat aber nicht so viele tolle Sachen. Das Holz wäre interessant. In der Menge. Ich habe zwischendurch so ein bisschen was gesammelt. In Sanctuary ein bisschen aufgeräumt. Aber das wäre interessant. Das können wir uns aber noch nicht leisten. Aber das Holz ist nicht gerne. Hier ist der Handy. Wen haben wir da? Willkommen in Grey Garden, Darlene. Das ist der erste und einzige hydroponische Fasilie. Die ganze Roboter. Der Ort kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe mal einen Beitrag drüber gesehen vor dem Krieg. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Ich glaube, ich habe ein bisschen über das in den Medien gesehen. Nachdem der Krieg. Ja, die Konstruktion wurde übernommen. Nachdem der Krieg. Wir konnten uns überwältigen und weitergehen unsere Operation nur weil unser Kreator uns vollständig selbstverständlich gemacht. Du hast, es gibt zwei Art von Roboter hier. Die Worker-Drones-Drones-Drones-Carrie-Out-Labor und-Maintenance. Wir, Supervisors, das ist mir selbst, Green und Brown, possess sophisticated Cognition-Processors. Wir sind die Möglichkeit von Komplexe-Analysis und Decision-Makingen. A testament zu dem Genieus unserer Kreator, Dr. Edward Grey. Ich erinnere mich an ihn, er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Ich erinnere ihn. Er war einer von Robco's senior Ingenieuren, aber mehr als ein bisschen exzentrisch. Das ist die zweite Mal, dass du gesagt hast, dass du etwas vor der Krieg. Ich denke, du bist ein bisschen verraten, darling. Du kannst einfach nicht leben sein, dann. Robotik und Artificial Intelligence waren unsere Kreatorinnen-Passionen, nur mit seinem Lieblings-Television. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich eine ziemlich singuläre Persönlichkeit habe. Wie bei den anderen Supervisoren. Warum hat Dr. Grey euch Persönlichkeiten verpasst? Warum hat Dr. Grey euch diese ungewöhnliche Persönlichkeiten verpasst? Genieus ist restless, darling. Es abhors stagnation. Dr. Grey war tired von der Standard Mr. Handy Persönlich. Er schaut zu seinen Lieblings-Television-Charakteren für Inspiration. Und wir sind der Result. A paar andere Dinge sollten Sie wissen. Dr. Green, wenn Sie brauchen, Sie brauchen. Wenn es Capps Sie brauchen, Brown might haben ein paar odd jobs. Oh, da ist eine andere Sache. Die Frage, wirklich. Hey, tell me, darling. What do you think of the water around here? Was that water? Well, it's ghastly. That's what it is. Simply ghastly. Pressure is down. Radiation is up. Why, it's practically toxic. Just think what it must be doing to my skin. This will never do. I don't mean to impose, darling, but perhaps you could lend us a hand. Also, was soll ich tun? What do you need me to do? Most of our water comes from the old western plant. South of here. Such an parcel. We're dear and pay a visit, hm? See, what you can do. Maybe tidy up the place. It must be filthy. If you can get it working again, I'm sure I can... Come up with something for you. Okay. Such an parcel of the water treatment plant. Naja, interessant. Now we get already from the robots. And yeah, we have a house. We have to go to the house. I must research. There is a Mod-Autor, who has done this as buildable. The is not online. I must see if I can find alternatives. Because I can also build this. The Tishe has also. The floor we have. I must research. That would be better than what we have used. Now good. Ah, thanks Mr. Brown. Bring me some Mutefruits for seeding. And there will be caps in your pocket. Off you go then. Brown. Caps for Mutefruits. That's the way. Mutefruits will he have. Okay. Bring me a couple Mutefruits. Praktischerweise wachsen die da gleich überall. Have you looked into our little water problem, Danny? Eh, it's not the man on, yeah? If you're looking to trade, then let's make a deal. Where's that? Where's that? Where's that, Mr. Brown? Where's that? Supervisor Brown. Ready to hand over those Mutefruits? Ja, I'll take those caps now. Jolly, are good. Okay. Noch irgendwas? Brown. Well, the gun is half done. Lovely weather, what? You see about that water, won't you? Yeah, 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 yeah. Ist ja gut. Wir machen da. Wir kümmern sich um dein Wasserproblem da. Eins nach dem anderen. Eines nach dem anderen. Jetzt haben wir schon wieder einen Auftrag bekommen. Wo ist denn das überhaupt? Sehen wir ja nicht noch mal. Mal in den Journalen schauen. Im Südwesten. Okay. Ich würde mal sagen, wir werden mal zu den Oberlandleuten da runterdüsen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir da hergekommen sind. Davon abgesehen wollen wir mal langsam Richtung Diamond City uns aufmachen. Und wir sind ja nun fast da. Wenn wir da unten angekommen sind, haben wir die meisten Strecke des Weges erfolgreich zurückgelegt. Das würde ich sagen. Schöne Gegend. Das sieht auch verlockend aus, aber... Schauen wir mal weiter. Die große Gefahr, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Verwilderte Alphamilch schlenken. Okay. Ups, hat das überlebt? Na gut, dafür haben wir jetzt immer automatische Waffe mit. Ein Problem. Okay. So, das ist Oberland. Da sind wir ja schon. Ah ja, da ist der Festgeber. Ah, apropos, ja, noch einmal kurz. Was trinken, ja, sehr schön. Du hast Glück. Entführungsoffer zu retten ist mein Spezialgebiet. Weißt du, wo sie sie hingebracht haben? Weißt du, wo sie sie hingebracht haben? Komm, bringe sie einfach zurück, okay? Okay. Ah. Uh. Uh. Uh, 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 uh. Das ist eine übere Gegend. Da legen wir uns gleich mal wieder mit einer richtigen Gang an. Okay, na schön. Na schön, na schön. Also, der Weg führt weiter Richtung Süden. Jetzt zwei Optionen. Wir könnten natürlich das Water Treatment Planner machen. Ein Auftrag da für die Grey Garden Bots. Oder wir gehen gleich weiter Richtung Diamond City und schauen uns die Backstreet Apparel an. Aber das ist eine gefährliche Gegend. Naja, machen wir das mal. Machen wir das mal. Aber ich würde sagen, wir werden uns mal Richtung Diamond City aufmachen. Das heißt, ich werde mal schnell die Markierung hier setzen. Und wir werden uns mal die Stadt anschauen. Denn, äh, diese Backstreet Apparel ist ja quasi dort gleich ums Eck. Umso mehr ein Grund, äh, sich in diese Richtung aufzumachen und einmal die Gegend zu erforschen. Wir werden dann entsprechend morgen an dieser Stelle fortfahren. Hoffe, die heutige Suche hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir noch ein Like und subscribe zu den Channel, wenn ihr wissen wollt, wie es in dieser Let's Play weiter geht. Morgen ergründen wir dann Diamond City und werden diesen Siedler von den Banditen retten. Hoffe, das ist dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis bald.